Und ganz schlimm ist manchmal, passiert so ein Energieabfall, wenn da irgendein Wesen ist oder eine Person ist. Hast du das erlebt oder bei deinen Kunden vielleicht innerhalb von Sekunden, von zwei, drei Minuten ist man leer gesaugt? Hast du nicht erlebt? Das habe ich erlebt. Bei mir persönlich habe ich das mal erlebt und auch bei Kunden. Und das ist auch so, dass irgendein Angriff stattfindet, der sehr brutal ist, sozusagen. Diese Saugnopfe sind nicht eine, sind nicht fünf, sondern sind Dutzende. Und die kommen auf einmal wie ein Oktopus und da ist die Person leer gesaugt. Habe ich gesehen. Nein. Aber das passiert zum Schluss in dieser Extremform. Passiert nicht so oft. Meistens passiert das so in einer milderen Form, weil das sind ja Einwesen oder so. Das Gleiche ist aber auch, habe ich erlebt, wenn ich so zum Beispiel eine Besetzung, eine Befreiung mache, Besetzung raushole und Befreiung mache mit dem Wachs oder mit der schamanischen Methoden. Ich habe auch erlebt, dass Menschen manchmal erst mal auf dem Boden liegen, also bildlich gesprochen, dass die Ganze durch die Transformation, weil du holst so ein Oktopus raus auf einmal, und erst mal geht die ganze Energie weg und dann nach viertel Stunde sind sie wieder vollgeladen mit Energie. Also wenn du das rausziehst, wenn das ein großer Angriff ist, kann auch dazu führen, dass man erst mal blatt ist, energetisch. Nicht im Kopf, im Kopf geht es alle gut, weil die fühlen das. Die fühlen das, die haben auch keine Angst, weil das fühlt sich gut an. Die merken sofort, wow, jetzt bin ich frei, ne? Aber der Körper muss erst mal neue Energien bekommen. Hm. Aber der Körper muss erst mal das, was 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 das, Vielen Dank.